und herzlich willkommen zu gönn dir was eurer sensi beraterin für ganz europa ich habe mir die lampe ocean ombre das ist die lampe des monats mai habe ich mir nun doch gekauft ich wollte ja erst nicht weil ich nicht genau weiß wohin aber ich konnte nicht widerstehen weil die so schön ist oh mein gott also ich habe sie ja nur auf bildern gesehen die kam dann an und die packen wir jetzt mal gemeinsam aus das ist dann immer so fatal weil das sorry führt wackeln aber ich wollte nicht vorher auspacken weil dann habe ich sie ja schon gesehen das ist ja genau mein beuteschema also diese farbgebung und ja den duft den finde ich überhaupt nicht überhaupt nicht gut normales doch normales schüsselchen oh mein gott ist die die hat so ein perlmutsch immer geht mal auf meine webseite für die 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 noch nicht haben da sind jede menge bilder nach wo ihr sie die ist so schön die ist so unverschämt schön aber ich zeige sie euch jetzt hier ja ihr könntet sehen dieser ombre farbverlauf unfassbar schön und da drüber dann so eine lasur die irisierend ist ich glaube ja da können das sehen hier oben sieht man jetzt ganz gut in allen möglichen farben ach was ist die schön ist die hübsch die gute hier ja 20 watt birne hier unten sieht man ganz gut ja wow ach da war ich voll drauf ab und auf der webseite von mir da sieht man die sieht man die auch richtig gut aber wenn du sie denn dann in händen hältst das ist ja noch gar kein gar kein vergleich hammer und wie gesagt opfer bei sowas bin ich bin ich opfer weil meine farben ich bin halt der blau aqua typ türkis typ das sind meine farben die liebe ich abgöttisch ja und ocean ombre kostet diesen monat statt 78 euro halt 70 euro 20 der duft habe ich schon vergessen der war auch in der letzten rift box aloha orchid 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 hat mich überhaupt nicht überzeugte ist mir viel zu schwach den habe ich eigentlich gar nicht wahrgenommen das ist nicht nix nicht meins aber dafür ist ja dann pacific mist vom juno da pack ich mir doch direkt mal hier ein schüsselchen zack ich hole dich aber nicht mit dem wohnzimmer sondern du bleibst jetzt hier weil ich muss noch ein paar videos drehen naja da bin ich total froh dass ich mir selber nachgegeben habe ich finde schon plätzchen für sie ach ist die schön die ist so schön ach so wenn jemand die höhe wissen möchte 14 14 14 cm hoch ja die kommt jetzt dahin da die kommt weg und dann kommt sie dahin ich freue ja bis bald ich freue ja bis bald bis bald Das war's für heute.